Und ein Moinsen, wie gestern angekündigt im Labbadia Video, geht es heute um die Mannschaft. Wir gehen rein, bisschen Real Talk, los geht's. Aufwachen, das haben sie gehört während dem Spiel, nach dem Spiel die Spieler, dazu ein auffallend langes Pfeifkonzert nach Abpfiff. Alles zurecht und heute widme ich mich der Mannschaft. Ihr seid jetzt in der Pflicht. Auswärts. Ihr habt seit dem 11. Dezember 2021 nicht geschafft, ein Auswärtsspiel zu gewinnen. Versucht unter Matarazzo, Wimmer und Labbadia. Drei der restlichen vier direkten Abstiegskampf-Duelle sind auswärts. Ganz einfach, liefert ab oder steigt ab. Zuhause. Die Serie wurde beendet, ja, aber es gab sie trotzdem. Ihr habt vom 28. Spieltag der Saison 2020-2021 bis zum 19. Spieltag dieser Saison, 22-23, immer ein Tor gefangen. Da standen Matarazzo, da standen Wimmer und Labbadia. Nicht in der Innenverteidigung, sondern an der Seitenlinie. In der 3er-, 4er- oder 5er-Kette, sondern ihr. Sondertrikots. Weil, wo wir bei Serien sind, selbst die Positiven werden beendet. Erste Niederlage in einem Sondertrikot, seitdem Jaco da ist. Ansporn. Ich weiß, ist nicht machbar beim Abstieg. Wir bräuchten diese Transfereinnahmen, das ist ganz klar. Aber am liebsten müsstest du sagen, ey, alle, die hier einen Vertrag haben, der auch für die zweite Bundesliga gilt, ihr werdet im Sommer nicht abgegeben. Ihr bleibt bei Abstieg. Wir blockieren euch den nächsten Schritt. Kein Wechsel. Vielleicht bringt das ja irgendeine Form von Ansporn. Ihr bleibt. Ihr seid abgestiegen und ihr steigt auch wieder auf. Unzufrieden. Das ging nun durch die Medien. Die Spieler sind unzufrieden. Es gibt faire Kritikpunkte am Labbadia-Fußball. 100 Prozent, wie du gestern zu Labbadia gerne abcheckt, habe ich es auch gesagt. Aber frag mal bitte uns Fans, was wir sind. Wenn unsere armen Profis unzufrieden sind, was sind wir dann? Wie sollen wir uns fühlen? Verarscht. So fühlen wir uns. Zumindest ich. Verarscht. Diese Inkonstanz in Leistung und Mentalität gibt es nicht erst, seitdem Bruno Labbadia da ist. Letzte Saison und diese Saison sind es insgesamt 59 Spiele und ihr habt es geschafft, 11 davon zu gewinnen. 11. Letzte Saison die Relegation um Sekunden verhindert. Klar, das Ende war unfassbar und legendär. Die Saison bleibt aber trotzdem einfach schlecht. Fertig aus. In 59 Spielen hat ihr drei Trainer. Wenn es unter drei Trainern vergleichbar scheiße läuft, wer ist dann wohl das Hauptproblem? Billig. Das ist diese Unzufriedenheit für mich. Einfach nur billig. Labbadia-Kritik ist okay. Sehen wir auch alle. Aber warte mal. Unter Materazzo und Wimmer, was war denn da? Stimmt. Da hat man euch so eingesetzt, wie ihr es wolltet. Und warte mal, das Ergebnis. Ach so, war auch Müll. Schuldverschiebung leicht gemacht. Nichts anderes. Es ist immer leichter, einen Trainer zu entlassen, als elf Spieler auszutauschen. Das wisst ihr auch ganz genau. Und das ist so unfassbar billig und so unfassbar charakterlos. Vor kurzem hieß es noch, zumindest von Sosa kam die Aussage, bester Trainer, an dem ich je gearbeitet habe. Und jetzt auf einmal sind wir unzufrieden. Eigenmotivation. Weil ein Deezer scheitert es für mich in erster Linie. Wir haben unter jedem Trainer gute Spiele gehabt. Wir hatten unter jedem Trainer beschämende Leistungen und Spiele gehabt. Wir wissen alle, dass mehr in euch steckt. Jetzt wieder. Wir haben sieben Nationalspieler in diesem Profikader. Klar, ist kein Beweis, aber zumindest ein Indikator dafür, dass wir Qualität haben in diesem Kader. Gutes Spiel gegen Köln. Frechheit auf Schalke. Gut gegen die Bayern. Nichts gegen Wolfsburg. Und ohne so eine grundsätzliche Motivation und Mentalität hätte man auch dieses Legendo-Spiel, diesen Klassener der Saison, nicht geschafft. Da ist ja was vorhanden grundsätzlich. Wenn auch oft zu spät gerafft, auch in Spielen zu spät gerafft. Ihr sucht euch aus, wann ihr mal Lust habt und Leistung zeigt und wann eben nicht. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Problem nur, kommt ihr heute nicht, dann steigen wir morgen ab. Charakterfrage. Die resultiert für mich daraus. Folgen mit weiteren Fragen. Interessiert ihr euch für diesen Verein, für den VfB Stuttgart? Juckt es euch, ob der VfB Stuttgart absteigt? Ihr habt einen Job und um den beneiden euch so dermaßen viele, bei diesem Verein zu spielen, mit diesen Fans im Rücken bei diesem Verein zu spielen. So ein gottloses Geld jedes Jahr aufs Neue zu verdienen. Und dann trotzdem, statt Leistung auf Schalke gibt es Lacherei mit Fährmann, nachdem er sich dieses Ei gefangen hat von Sosa. Statt Leistung gegen Wolfsburg gibt es Rumgelache mit Ex-Spieler und Torschütze, durch den ihr verloren habt, Oma Mamusch. Wie sollen wir Fans uns dabei fühlen? 100% geben. Scheiß auf Aufstellung, scheiß auf den Trainer, scheiß auf den Gegner, scheiß drauf, wo ich spiele. Die sind immer zu geben. 100%. Selbst wenn ich auf einer Position spiele, auf der ich nicht spielen will, mi, 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 dann gebe ich auch da 100%. Das ist euer Job. Wir sind da. Wir Fans sind da. Wir Fans waren immer da. Und wir Fans werden immer da sein. Ausverkaufte Heimspiele, die Kanjala Kurve nach Sekunden weg. Ausverkaufte Auswärtsspiele, die auch brutal schnell ausverkauft sind. Fragt mal die ganzen Leute, die für Nürnberg, Bochum, Augsburg, nennt sie alle mal, die da überall leer ausgegangen sind. Das ist der Wahnsinn. Und trotzdem, wir machen das seit Jahren mit. Und jetzt auch wieder gerade. Es ist non-stop Abstiegskampf seit fast zwei Jahren jetzt. Und ihr wisst es auch genau, oder hoffentlich wisst ihr es. Wenn ihr jemanden nicht verlieren dürft, dann uns Fans. Und das Banner bleibt immer aktuell. Egal welche Spieler, egal welcher Präsident. Die einzige Konstante sind wir Fans. So, Real Talk vorbei. Und trotzdem, weil es wichtig ist, auch noch dazu, dass alles geht gegen die Sportler, die Spieler, die Leistungen, nicht gegen die Menschen. So eine Scheiße wie irgendwelche Hassnachrichten, Beleidigungen online braucht kein Mensch. Spieler dazu zu bringen, ihr Instagram-Profil beispielsweise privat zu stellen oder gar komplett offline zu nehmen, das geht einfach nicht. Lasst mir eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zum Video? Was sagt ihr zur Mannschaft? Was sagt ihr zum VfB? Wie auch immer. Bedankt für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.